In den letzten Monaten ist zu beobachten, dass immer mehr Künstler, Autoren und Journalisten, die sich besorgt zu den politischen Fehlentwicklungen äußern, von den Medien verunglimpft werden. Dahinter steckt ganz augenscheinlich die Absicht, jede kritische Stimme, die aktuelle Entwicklungen infrage stellt, in aller Öffentlichkeit anzugreifen und unglaubwürdig zu machen. Die offensichtliche Taktik dabei ist, ein negativ behaftetes Urteil über die Künstler, Autoren und Journalisten zu verhängen, wie zum Beispiel rechtsradikal oder islamkritisch. Dadurch soll ein negatives Meinungsbild über diese Person erzeugt und wirkungsvoll von deren Kritik abgelenkt werden. Jüngst ergangen ist es so dem beliebten deutschen Sänger Xavier Naidoo, dem aufgrund seiner Zuordnung zu Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern die Teilnahme beim Eurovision Song Contest vom ARD entzogen wurde, damit seine christliche Botschaft für den Frieden und gegen einen Krieg in der breiten Bevölkerung keine zu große Aufmerksamkeit erhält. Ein weiteres Beispiel ist der türkische Autor und Schriftsteller Akif Pirinci. Ihm wurde nach seiner Rede auf einer Pegida-Demonstration am 19. Oktober 2015 in den Medien vorgeworfen, Konzentrationslager für Migranten gefordert zu haben. Aufgrund dieses unbewiesenen Vorwurfs kündigte ihm sein Verlag die Zusammenarbeit. Seine Bücher, egal ob politisch oder nicht, wurden aus den Verkaufsregalen genommen. Der Konstanzer Soziologe Professor Joost Bauch äußerte sich zu diesem Vorfall folgendermaßen. Zitat Akif Pirinci hat sich im Nachhinein gerichtlich gegen die Äußerungen der Presse erfolgreich durchgesetzt. Somit wurde der Tatbestand der medialen Verleumdung gerichtlich bestätigt, was jedoch nichts daran änderte, dass Pirinci durch diese mediale Verfolgung enormen Schaden erlitt. Ein weiteres Opfer wurde der ehemalige Big Brother-Moderator Percy Hoven. In seiner maskierten Rolle als YouTube-Satirefigur Dr. Alfons Pröbstl hat er sich in über 80 Sendungen zu Themen wie TTIP, Geldpolitik, Lügenpresse, Genderwahn oder Klimawandel überspitzt und provokant geäußert, wie es eben bei einer Satire üblich ist, um seine Zuschauer zum kritischen Hinterfragen der Ereignisse anzuregen. Nachdem seine Identität kürzlich bekannt wurde, begann umgehend die mediale Verfolgung. Ihm wurde unterstellt, in seinen Sendungen fremdenfeindliche Ressentiments zu verbreiten. So schrieb es die Zeit am 7.10.2015. Nachdem zusätzlich ein Augsburger TV-Sender Hovens Frau mit Entlassung drohte, warf er unter diesem enormen Druck letztendlich seine Rolle hin. Des Weiteren ist vor kurzem der konservativ und christlich geprägte Spiegelautor und Kolumnist Matthias Matusek mit einer Kündigungsschutzklage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, dem Axel Springer Verlag, vor Gericht gezogen. Ihm wurde anlässlich eines eher belanglosen Facebook-Postings nach den Pariser Anschlägen gekündigt. Die Äußerung, die ihn den Arbeitsplatz kostete, lautete folgendermaßen. Ich schätze mal, der Terror von Paris wird auch unsere Debatte über offene Grenzen und eine Viertelmillion unregistrierter junger islamischer Männer im Lande in eine ganz neue, frische Richtung bewegen. In diesen Beispielen erkennt man, wie die Leitmedien ihren Einfluss auf die Gesellschaft zunehmend missbrauchen. Mit Falschbehauptungen, Verdrehungen, künstlichen Empörungswellen und Skandalisierungen sollen kritische Stimmen ausgeschaltet werden. Laut dem freien Journalisten und Verleger Gerhard Wisniewski sind solche Säuberungswellen nicht nur ein Zeichen der Totalisierung, sondern auch typische Vorzeichen eines Krieges, welche sich nach demselben Muster vor dem Zweiten Weltkrieg ereignet haben. Solch absichtliche Manipulationsmethoden sind daher als kriminell einzustufen. Helfen Sie, die noch mehrheitlich getäuschte Menschheit über diese Manipulationsmechanismen der Medien aufzuklären. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.